Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist die wütende Heidi dran, eine 100 Schuss Pyromold-Batterie von Leslie. Wir haben hier wie gesagt 100 Schuss auf ganze 499,94 Gramm. Preislich gesehen 25,99 gekauft wurde sie in der Einkaufsfuhr 2023 im Fräsmann. Oder Fräsmann, Fräsmann, je nachdem. Und da würde ich sagen, schauen wir uns mal die wütende Heidi an. Von den Effektvideos her eine sehr schöne Batterie und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns immer an. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal.